hallo ihr lieben ich möchte euch heute in diesem video zeigen wie wir unsere filigran text stanzen von charlie und paulchen ohne probleme ausstanzen könnt und ohne probleme auch aufkleben können und zwar mit hilfe dieser klebebögen die haben eine vorder- und rückseite die klebt und ihr braucht natürlich euren cardstock eurer wahl in diesem falle sind es zwei stücken weil ich zwei verschiedene cardstocks übereinander setzen möchte und die text stanze so jetzt schneide ich mir erst mal das klebesheet zurecht in größe des cardstocks der natürlich der muss groß sein wie eure text stanze die benutzen wollt also deswegen legt man sich das vorher drauf dann schneidet ihr euch den klebebogen zurecht ich mache das hier mit dem papierschneider und dann geht es auch schon los ihr müsst es in diesem falle wenn ihr das so machen wollt wie im video bild ist also zwei text stanzen übereinander oder texte übereinander kleben wollt zweimal machen jetzt ziehe ich die folie ab und klebe den cardstock oder das klebesheet je nachdem könnt ihr so oder so machen auf die rückseite des cardstocks also auf die rückseite nicht auf die seite die ihr dann auf eure karte sehen wollt so jetzt ist das ganze vorbereitet zum ausstanzen bei dem weißen cardstock macht ihr das natürlich genauso also zweimal jetzt legt ihr eure stanze auf und zwar müsste das ganze jetzt aus stanzen hier gibt es einen tipp von mir und zwar genau also die text stanze auflegen und das ganze umdrehen so dass die schneidefläche der stanze nach oben zeigt und so habt ihr keine probleme beim stanzen und ja es kommt ein schönes ergebnis raus so sieht das ganze dann aus wenn es ausgestanzt ist ihr könnt es dann am ohne probleme raus drücken aus dem papier und da ist jetzt praktisch auf der rückseite der kleber schon drauf und das ganze macht ihr jetzt auch mit dem weißen und diese beiden setzte jetzt übereinander und dann habt ihr einen wunderschönen effekt wie ihr seht und jetzt kleben wir das ganze auf unsere karte die ich hier schon vorbereitet habe in diesem fall wird es eine geburtstagskarte und ihr könnt ihr mit einer pinzette arbeiten so kann man das ja schöner auf die karte dekorieren finde ich also man kann da immer noch mal so ein bisschen hin und her ruckeln und dann drückt ihr das ganze einfach nach unten also ihr braucht dann nur auf der rückseite einfach die kleine folie abziehen und dann ist das ganze schon fertig also das geht wirklich ohne probleme und ihr habt einen ganz tollen 3d effekt auf eure geburtstagskarte ich wünsche euch ganz viel spaß und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal